Erfolg! Erfolg ist das zentrale Thema unserer heutigen Gesellschaft und auch eine unserer größten Herausforderungen. Aber vielleicht kann es auch ganz einfach sein? Freuen Sie sich auf eine Talkrunde mit vier hochkarätigen, interessanten Gästen. Daniel Schwarzenbach ist Sales Performance Coach. Wie bekommen Sie ein Ja zu den wichtigen Entscheidungen in Ihrem Leben? Vielleicht ein Ja bei einem Heiratsantrag oder bei einer Gehaltserhöhung oder natürlich auch ein Ja von einem sehr wichtigen Kunden. Es sind oftmals die weichen Faktoren, die im Sales Prozess entscheiden und es sind immer Beziehungen. Wer es nicht von Natur aus beherrscht, kann es lernen und Daniel Schwarzenbach zeigt, wie es geht. Manchmal kann es ganz einfach sein. Carmen Fendt ist Expertin für ein sinnerfülltes Leben. Viele Menschen spüren, sie haben viel erreicht und irgendwie ist alles okay, aber irgendwie auch nicht wirklich. Die Menschen sind nicht glücklich. Herz, Liebe, Sinn, es fehlt etwas. Das spüren sie genau, aber sie wissen nicht was und nicht wie sie es ändern können. Dies zeigt sich dann in unglücklichen Beziehungen oder auch im beruflichen Umfeld. Carmen Fendt berührt Menschen in ihren tiefen inneren Bedürfnissen und begleitet sie wieder in voller Fülle von Herzen glücklich zu sein. Mike Landvermann ist Steuerberater. Für viele Unternehmer ist der Steuerberater der beste Sparringspartner. Oft kennt er die komplette Unternehmenssituation inklusive Umfeld. Richtige Steuerberatung ist keine Buchhaltung, sondern greift viel weiter und ist ein wichtiger Erfolgsfaktor des Unternehmers. Bei Neugründungen oder Unternehmenskäufen beraten Steuerberater von Anfang an. Aber auch wenn Unternehmen sich verändern, ist es oft auch sinnvoll, den Steuerberater zu wechseln. Herr Landvermann sagt, nutzen Sie Ihren Steuerberater als kostenlosen Unternehmensberater. Nicole Lutzer ist Coach und Expertin, Krisen in Chancen zu wandeln. Manche Frauen spüren, es geht so nicht mehr weiter und genau jetzt ist der Zeitpunkt, es zu ändern. Meistens findet die Seele ihren Weg und das Herz schreit förmlich. Ändere jetzt dein Leben. Mache so nicht weiter. Du bist unglücklich. Das führt oft mit der Umgebung zu einer Krise, denn das Umfeld möchte dich festhalten, so wie du jetzt bist und möchte keine Veränderung. Das Motto von Nicole Lutzer ist, nutze das, denn Krisen sind Chancen. Ja, guten Abend, liebe Zuschauer. Dann begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe Wege zum Erfolg. Und heute geht es um die Themen, wie bekomme ich ein Ja zu allem, was ich möchte von anderen Menschen. Dann geht es um das Thema, wie werde ich wirklich glücklich. Dann um das Thema Krisen als Chance. Und last but not least, wie werde ich als Unternehmer und Selbstständiger reicher, indem ich einfach Steuern spare. Ja, ich freue mich auf die Runde und sage mal ein herzliches Hallo. 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 Und lieber Daniel Schwarzenbach, ich beginne mal bei dir. Du bist Geschäftsführer einer Firma, die Vertriebler und Vertriebe coacht und deren Weiterentwicklung begleitet. Du bist Experte für Sales Performance. Von dir möchte ich wissen, wie wir ein Ja zu den wichtigen Entscheidungen in unserem Leben bekommen. Vielleicht ein Ja von einem Kunden bei einem wichtigen Geschäftsabschluss oder von einem Chef bei einer Gehaltserhöhung. Ja. Wie bekomme ich wirklich Ja's für mein Leben? Ich freue mich schon auf unser Gespräch. Ebenfalls. Zunächst an dich die Frage, was ist für dich Erfolg? Für mich ist Erfolg, persönlicher Erfolg, wenn ich in der Familie und persönlich meine Ziele erreiche oder vielleicht sogar übertreffe. Beruflich auf der anderen Seite, weil ich selbst Unternehmer bin, ist es auf effiziente Art und Weise Goldmedaillen oder wie du vorher so sagtest, Ja's zu erhalten. Okay. Denn nur Gold zählt im Verkauf. Zweiter oder Dritter nützt mir nichts. Jetzt ist Verkaufen aber, ja, ein relativ harter Job. Wenn ich so in die Runde fragen würde, welches positive Bauchgefühl löst das bei einem aus? Wenn ich sage, ich bin im Vertrieb tätig, dann kommt sehr wahrscheinlich die Antwort, was positives Bauchgefühl, Daniel? Über den Tisch will der mich ziehen. Dampfplauder. Wenn ich aber frage, was sind so die Charakteristiken von solchen, zu denen ihr Ja sagt, dann höre ich sehr oft, und das ist auch mein Credo, die gingen auf meine Bedürfnisse ein oder haben solche geweckt, haben mir den Duft durch die Nase gezogen. Okay. Waren ehrlich, haben abgecheckt, kann er das, kann ich das oder nicht? Wenn nicht, Nein sagen. Und sonst, mir Nutzen verkauft. Das führt zu mehr Ja's oder zu mehr Goldmedaillen. Eigentlich ganz einfach. Okay. Also ich fasse das mal so zusammen Erfolg ist für dich, wenn du Menschen beibringst, wie sie mehr Ja's bekommen. Ja? Ja. Gut. Liebe Carmen, viele Menschen spüren, sie haben im Leben viel erreicht. Und irgendwie ist formal auch alles okay. Aber irgendwie auch nicht wirklich. Und wenn dann die Frage kommt, wann warst du das letzte Mal in deinem Leben richtig glücklich? Und wann hast du das letzte Mal aus vollem Herzen gelacht, dann kommt meist ein langes Nachdenken? Liebe Carmen, du begleitest Menschen vielleicht das erste Mal in ihrem Leben in voller Fülle glücklich zu sein. Was du genau machst, da bin ich schon ganz neugierig. Erstmal an dich die Frage, was ist für dich Erfolg? Also mir begegnen immer wieder Menschen, die eher traurig sind. Manche depressiv, manche sogar in Burnout-Nähe gelangt sind. Das sind häufig sehr erfolgreiche Menschen, Unternehmer und auch Führungskräfte, die sich sehr engagiert haben in ihrem Beruf und dann in diese Kraftlosigkeit und Lehre gekommen sind. Und zum anderen manchmal auch Mütter, die sich ganz ihrer Familie verschrieben haben, Kinder großziehen, manchmal noch eine Nebenbeschäftigung haben oder gar einen Hauptberuf und auch dann in eine gewisse Sinnlosigkeit geraten. Wenn diese Menschen dann einen neuen Weg finden, also indem sie ihr Inneres beleuchten und einfach sehen, dass sie ihr Leben etwas anders ausrichten und diese Lösungsschritte dann für sich tun und wieder zu mehr Glück finden und auch wieder ein inneres Strahlen gewinnen, ja, das bedeutet für mich Erfolg. Ja, du drückst das so dezent aus, ja. Also der Dalai Lama und viele andere sagen, das ist das höchste Lebensziel, ja, Glück. Ja, aber wie erreichen wir es? Und ich bin neugierig. Ich kenne ja eine Zauberformel von dir, die habe ich auf deiner Website gelesen. Bedingungslose Liebe ist die beste Führerin durchs Leben. Und ich habe noch anderes da gelesen, aber okay. Lieber Mike Lanfermann, du bist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Hört sich erstmal eher trocken an, ja, aber es ist eine ganz spannende Sache, weil für viele Unternehmer ist der Steuerberater der wirklich beste Sparringspartner. Das heißt, derjenige, der ihn mit am besten im Unternehmen auch mit weiterbringt und hinterfragt. Oft kennt der Steuerberater die komplette Unternehmenssituation inklusive dem Umfeld. Richtige Steuerberatung ist keine Buchhaltung, sondern greift viel weiter und ist ein wichtiger Erfolgsfaktor des Unternehmers. Bei Neugründungen oder Unternehmenskäufen beraten Steuerberater oft von Anfang an, aber auch wenn Unternehmen sich verändern, ist auch oft ein Wechsel eines Steuerberaters sinnvoll. Wie du in den heutigen Zeiten den Menschen, den Unternehmen und Unternehmern und Selbstständigen helfen kannst oder wie ein Steuerberater das allgemein kann, da bin ich auch total neugierig und es ist auch total sinnvoll, dass wir heute hier einen Steuerberater hier haben, weil es ist besser, das Geld an einer Stelle gar nicht erst auszugeben, als es an anderer Stelle verdienen zu müssen. Lieber Maik, zunächst an dich die Frage, was ist für dich Erfolg? Ja, für mich ist einfach Erfolg, dass ich den Unternehmer halt in seiner gesamten Situation unterstützen kann und ihm halt alle vermeintlich lästigen Dinge im ersten Moment mal abnehmen kann. Aber natürlich auch das Thema, was du gerade schon angesprochen hast, dass man das Ganze natürlich so gestaltet, dass das natürlich für den Unternehmer halt auch so gestaltet wird, dass der Staat entsprechend nur die Steuern bekommt, die er auch bekommen soll, dass man halt optimiert. Und für mich persönlich ist dann natürlich auch das Schönste, wenn dann von meinem Mandanten die Rückmeldung kommt, dass sie zufrieden sind, dass sie sich wohl oder gut aufgehoben bei mir fühlen. Das ist für mich Erfolg im beruflichen Sinne. Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, auch als Unternehmer, ich bin ja selber auch Unternehmer, man arbeitet relativ viel, das können wahrscheinlich alle hier in der Runde bestätigen, dass man versucht, den privaten Bereich nicht zu vernachlässigen, dass man die Familie entsprechend nicht vernachlässigt und dass man das irgendwie alles unter einen Hut bekommt, ja. Ja, danke. Ja, ich denke, Steuern sparen ist für uns alle wichtig, richtig? Liebe Nicole, manche Frauen spüren, es geht so einfach nicht mehr weiter. Und genau jetzt ist der Zeitpunkt, das zu ändern. Meistens findet die Seele ihren Weg und das Herz schreit förmlich. Ändere jetzt dein Leben, mache so nicht weiter. Das führt oft mit der Umgebung zu einer Krise, denn die Umwelt möchte an dem festhalten, wie du jetzt bist und möchte nicht, dass du dich veränderst. Liebe Nicole, dein Motto ist, nutze die Krise als Chance. Was ist für dich Erfolg? Für mich ist Erfolg, wenn ich die Probleme meiner Kunden, Kundinnen löse und wenn ich sehe, dass sie glücklich sind. Denn es gibt gerade, auch wie Carmen schon sagte, vor allem viele Frauen, die einfach funktionieren. Im privaten Bereich, in der Familie, aber durchaus auch im Beruf. Und obwohl sie eigentlich merken, dass in ihnen noch etwas anderes ist, das gelebt werden möchte, an dem Alten festhalten. Vor allem vermeintlich kommen sie aus dem gewohnten Umfeld nicht raus, weil viele alte Glaubenssätze sie darin festhalten, was wir als Kinder schon gehört haben. Als Frau macht man dies, macht man jenes, das gehört sich nicht, du bist nicht gut, nicht jung, nicht dynamisch genug. Und da sich ein Stück zurückzunehmen, aus dem alten Umfeld einmal zu lösen und das zu tun, was sie wirklich möchten, den Impuls zu finden und dann eben auch den Schritt zu gehen, das umzusetzen, was ihr Herz ihnen wirklich sagt. Das kann viel leichter sein, als es sich für viele anhört. Und ein weiterer Aspekt von Erfolg ist für mich damit, wenn ich das, was ich in vielen Jahren selbst relativ mühsam gelernt habe, doch kompakt weitergeben kann, um dann in den Gesichtern oder Rückmeldungen von eben meinen Klientinnen zu hören. Das geht ja ganz einfach und jetzt bin ich glücklich, ich hätte es mir vorher fast gar nicht vorstellen können. Okay, bin ich neugierig auf deine Geschichte, weil ich kenne ja ein bisschen davon, du wohnst jetzt im schönen Frankreich, dir ging es mal nicht gut, du warst mal in einer tiefen Krise und bist jetzt eine glückliche, erfolgreiche Frau. Genau. Lieber Daniel, das Wichtige im Leben, behaupte ich mal, sind die Ja's an der richtigen Stelle. Für uns als Männer die Ja's irgendwann von der richtigen Frau, die richtigen Ja's im Geschäft, letztlich in allem, was man mit anderen möchte, in allen Beziehungen, die man mit anderen hat. So, nun gibt es Menschen, denen fällt das einfach, Ja's zu bekommen. Und anderen fällt es total schwer. Und wir steigen jetzt erst mal ein in den Bereich des Business, also in den Bereich der Vertriebe, weil da bist du zu Hause. Und ich weiß das, da gehen Vertriebstrainer dann in Unternehmen hinein und hinterher ist der Vertrieb total begeistert, macht ganz andere Umsätze. Ja, warum ist das so? Was passiert da? Wie kann man Vertriebler oder Vertriebe unterstützen, mehr Ja's zu bekommen? Es ist ein Prozess, durch den man gehen muss. Prozess heißt, die müssen das lernen? Ja gut, müssen, müssen ist so ein hartes Wort. Bei uns in der Schweiz gibt es zwei müssen, sterben und steuern, bezahlen. Und alles andere, das darf man machen. Und ich denke auch genau gleich in Deutschland oder in anderen Ländern, habe ich festgestellt. Und die Leute müssen oder sollten selbst erkennen, wo habe ich Optimierungspotenziale? Man hat in der Vergangenheit immer irgendwo darauf tendiert, Schwächen irgendwo zu optimieren und so weiter. Ich sage, lieber zu erkennen, wo bin ich gut? Was könnte ich noch besser machen? Wie kann ich mich durch andere differenzieren? Und da komme ich auf etwas, was heute eben im Verkauf anders ist als früher. Früher konnte man schwerlich unterscheiden, war es das Produkt, das sich selbst verkauft hat, aber der Verkäufer sich auf die Schultern geklopft hat. Ich, Daniel, bin gut. Heute, durch die fehlenden oder immer wenigeren Alleinstellungsmerkmale, englisch USPs, Unixelling Propositions, ist es schwieriger, sich zu differenzieren. Das heißt, man sollte sich auf andere Sachen konzentrieren, nämlich, was will mein Gegenüber? Was möchte irgendwo das Entscheidungsgremium, die einzelnen Personen, die persönlich abzuholen? Also als ersten Schritt, was will und braucht der Kunde? Bevor man das nicht genau weiß, braucht man nicht weitermachen. Sagt einem das dann der Kunde? Kann man ihn direkt fragen? Wie heißt es so schön? Wer fragt, der führt. Das kommt nicht von mir. Ich habe es ergänzt. Der verführt später zum Kauf. Du hast am Anfang auch so erwähnt, vielleicht zwischen Flirten, also so persönliche Jas abholen. Ja, ich habe da auch gerade angedacht. Aber ich kann ja eine Frau nicht direkt fragen. Was willst und brauchst du? Nein, aber ich kann vielleicht fragen, wie sieht dein idealer Partner aus? Vielleicht frage ich am Anfang, aus welchem Grund bist du da? Und dann sage ich, ich bin auf Partnersuche. So direkt wird sie es mir vielleicht nicht sagen. Ich muss ja auch etwas spüren. Aber wenn ich das merke, ja, wie sollte der dann irgendwo sein, der ideale Partner? Und vielleicht kommt sie dann und sagt, ja, der müsste das, das und das. Erst dann beginne ich mit meinen Aussagen, mit meinen Nutzenargumenten. Wenn sie sagt, ich hätte lieber süß und ich hätte aber vorher schon gesagt, nimm doch Sau, dann wird da nie was. Das heißt aber auch nicht, dass ich überall irgendwo Ja sagen muss. Aber schon eingehen auf das dann, mir Fragen stellen. Okay. Also, den Kunden fragen oder erkennen, was will und braucht das Gegenüber. Vorher braucht man nicht weitermachen. Ja. Ja, dafür muss man sich irgendwas Intelligentes überlegen. Also man kann schon weitermachen. Aber dann kriegst du einfach zu wenige Ja's. Dann sind das Zufall Ja's. Und das möchten wir ja nicht. Weil man vielleicht von irgendetwas erzählt, was den Kunden letztlich gar nicht interessiert. Genau. Ja. Okay. Was wäre denn dann der nächste Schritt? Was will und braucht der Kunde? Okay, jetzt nehmen wir mal an, ich weiß das. Ich habe das erkannt. Ja. Ja. Und wie kriege ich denn den Kunden jetzt dazu? Oder wie kann ich ihn unterstützen? Oder wie man das auch immer formuliert, dass er mir ein Ja gibt? Also zuerst, wenn ich das erkannt habe, erfragt habe, was er braucht, nicht was er will, auch was er braucht. Okay. Teilweise kommen Leute und sagen, ich will das und das. Und dann sagen, ja, das habe ich auch. Wenn man aber hinterfragt, wofür brauchst du das, komme ich vielleicht auf viel ganz oder bessere Lösungen. Kann aber auch sein, dass ich dann sage, habe ich nicht, können wir nicht anbieten. Ein ehrliches Nein. Man kann feststellen, dass solche meistens dann wieder zurückkommen, weil wir ehrlich sind. Also Ehrlichkeit führt zu einer langfristigen Kundenbeziehung. Ja. Okay. Liebe Carmen, manchmal realisieren wir nicht, wie stark das unser Leben beeinflusst und auch unsere Entscheidungen beeinflusst. So, aber das ist für dich wahrscheinlich eins der Hauptarbeitsumfelder. Du begleitest Menschen darin, glücklich zu sein. Was machst du? Ja, das ist wahr, die Menschen wieder nahe zu ihrem Herz zu bringen oder zu ihrer Seele. Mir begegnen eben Menschen, die diesen Kontakt teilweise verloren haben. Das sind Menschen, die sich dann in ihrem Beruf verausgabt haben, engagiert, auch erfolgreich geworden sind und plötzlich dann in eine Lebenskrise gelangen. Was heißt das, Lebenskrise? Was sind das konkret für Situationen? Das könnte ein Burnout sein oder manche haben eine Beziehungskrise oder die Gesundheit. Oder in der heutigen Zeit stehen ja häufig berufliche Wechsel auch an. Wenn einfach die Position nicht mehr die ist, wie sie vorher war oder ein Unternehmer große finanzielle Einbußen hatten, dann kommt natürlich das Innere auf den Plan und die Bedürfnisse müssen neu hinterfragt werden, ob die noch stimmen. Dann hat das Innere eine Chance sozusagen hervorzukommen, weil der Unternehmer merkt, mit dem ganzen Geld oder wenn die Aufgabe nicht mehr da ist, die Anerkennung nicht mehr da ist, ja, dann ist da auf einmal gar nichts. Absolut. Und in dem Moment ist es dann möglich und da entscheiden sich glücklicherweise doch immer mehr Menschen dazu, nicht dann in neue Vergnügungen abzudriften oder das zu verdrängen, sondern wirklich in ihr Inneres zu schauen. Und was sie dann finden, sind häufig familiäre Prägungen, die in den Erfolg geführt haben oder auch gesellschaftliche Konditionierungen, die an den Punkt eben gebracht haben, aber dann nicht mehr dienlich sind. Und dann gilt es einfach zu hinterfragen, was für neue Lebensbedürfnisse sind da, wie können die in das Leben integriert werden. Und ja, das gibt einfach eine neue Lebensspur dann auch, weil das Innere, das Herz und die Seele dann viel mehr integriert sind in den neuen Weg. Und jetzt nehmen wir mal an, da ist jemand, der hat sein ganzes Leben, der hat diese Prägung aus dem Elternhaus, eine unternehmerische Prägung oder eine Prägung, ich kriege meine Anerkennung über Erfolg, über Leistung, das hat er das ganze Leben gemacht oder sie und jetzt ist das auf einmal weg. Ja, realisiert man denn dann überhaupt die anderen Bereiche, die sind ja gar nicht ausgebildet. Also kommt dann jemand auf die Idee und sagt, meiner Seele geht es nicht gut, ja? Also, weil das kann diese Person doch gar nicht sehen, oder? Ja, so ist es. Und das ist das Tragische manchmal in unserer Gesellschaft, da die Medien das nicht vermitteln, wir lernen es in der Schule nicht, einfach sehr nah und gut auf uns zu hören. Und meistens kommen die Menschen dann eben in eine größere Krise, bis dann das Umfeld vielleicht sie sogar aufmerksam macht oder bis sie selbst nach Hilfe schauen. Und dann wird eben im Internet geschaut. Und häufig ist es dann aber so, dass einfach über Kontakte, über Empfehlungen die Menschen dann auch ihrer Intuition folgen und den richtigen Platz finden, ja, wenn sie wollen, ihr Inneres zu verändern und damit ihr ganzes Leben auf eine neue Spur bringen. Was ich spannend finde an dem, was du gesagt hast, ist, dass ihre Intuition sie dann führt. Ja, das ist ja was ganz Spannendes, ja, dass die Menschen ihre Seele zwar nicht wahrnehmen, aber da doch irgendetwas ist, was sie zu den nächsten richtigen Schritten bringt, ja? Absolut. Das ist immer wieder auch berührend für mich zu erfahren, wie das funktioniert. Okay. Ja, zu dem Thema Krise als Chance, da kommen wir gleich drauf. Freue ich mich schon drauf. Wie bringst du denn Menschen dazu, ihr Herz wirklich wahrzunehmen? Oder wenn du den Satz sagst, bedingungslose Liebe ist die beste Führerin durchs Leben, ja? Oder der beste Führer, ja? Dann müssen die Menschen ja erst mal eine Fähigkeit entwickeln, überhaupt Liebe wahrzunehmen, ihr Herz zu spüren und so weiter. Vielleicht auch verschiedene Stimmen im Herzen zu hören, ja? Ja, da gibt es ja das Unterschiedlichste, was passieren kann. Was machst du denn da mit den Menschen? Das ist sehr einfach. In dem Moment, wo der Kontakt wirklich da ist, kann der Mensch sich gut spüren. Und er nimmt dann sowohl die Sonnenseiten in seinem Herzen wahr, als auch die Schattenseiten. Es geht darum, nicht das eine zu bevorzugen, nur das Gute fühlen zu wollen, sondern eben auch zu fühlen, ja, wo das Leben nicht im Einklang mit den eigenen Bedürfnissen war. Was meinst du mit Kontakt? In der Begegnung, wenn zwei Menschen sich begegnen, und dann ist das möglich. Und wenn einer dieser Menschen wirklich gut in sich ruht, gut mit seinem Herzen in Kontakt ist, dann ist das wie so eine Spiegelresonanz, dass der andere das Gegenüber auch die Chance hat, besser in sich nachzuspüren. Ja, und ich sehe an dem Strahlen in deinen Augen, das ist das, was dich beflügelt, wofür du mit da bist, richtig? Absolut, ja. Ja, das ist deine Stärke. Ja. Schön. Lieber Maik, ich habe früher einen Steuerberater immer nur genutzt als Buchhalter. Da habe ich meine Belege hingegeben und so weiter. Und ich habe eine Zeit lang gebraucht zu verstehen, ein Steuerberater ist ein kostenloser Consultant. Ja. Jemand, der, wenn ich ihn richtig nutze, mein Unternehmen richtig voranbringt. Der sogar eine Provision dafür bekommt. Nämlich, wenn mein Umsatz steigt, kriegt der Steuerberater mehr Geld. Ja. Maik, wie siehst du deine Rolle als Steuerberater? Ja, genau wie du gerade gesagt hast, die klassische Rolle, die man wahrscheinlich vom Steuerberater kennt, ist einfach diese Rolle des Buchhalters oder einfach das Ausfüllen dieser Steuererklärung. Das ist sicherlich auch ein großes Arbeitsfeld eines Steuerberaters oder vielleicht auch ein Arbeitsfeld, was er wahrnimmt und was er auch anbietet. Aber genau, was du gerade gesagt hast, ist es normalerweise ja viel, viel mehr. Der Steuerberater kennt ja im Regelfall die persönlichen Verhältnisse seines Mandanten meistens sogar oft besser als die Ehefrau oder der Ehemann. Das ist schon eine krasse Aussage. Aber ein guter Steuerberater, wie du gerade gesagt hast, kennt die Verhältnisse des Unternehmers besser als die Ehefrau. Das ist schon eine krasse Aussage, aber es stimmt vielfach. Genau, es stimmt vielfach und von daher ist es auch einfach so, dass der Steuerberater mehr ist als nur Steuer, also mehr dann vielleicht auch Berater, was sich auch in dem Wort irgendwo wiederfindet. Und das auch nicht immer nur für Situationen im Leben, wo es um vielleicht betriebswirtschaftliche oder unternehmerische Entscheidungen geht, sondern ganz oft auch halt einfach für persönliche Entscheidungen, die vielleicht auch gar nichts direkt mit der Qualifikation als Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu tun haben. Der erste Ansprechpartner ist im Regelfall immer der Steuerberater, wenn er irgendwas wissen möchte, wenn er irgendwas vorhat in seinem Unternehmen. Der erste Ansprechpartner ist immer der Steuerberater. Oder sollte sein. Oder sollte sein, ja. Wenn man einen guten Steuerberater hat, es gibt ja Steuerberater, die betreuen Hunderte von Unternehmen. Da wird es dann vielleicht schwierig. Okay, wenn es eine große Kanzlei ist mit den entsprechenden Mitarbeitern, die zugeordnet sind, dann passt das vielleicht wieder. Ja, ja. Du bist ja eher jemand, der relativ überschaubar arbeitet und fokussierst dich auf wenige Unternehmer, die du begleitest. Ja, genau. Also sicherlich ist das genauso wie wir sind jetzt keine Riesenfabrik, sage ich mal. Ja, sicherlich bietet jeder Steuerberater die gewissen Standardleistungen an, wie jetzt eine Buchhaltung zu machen, eine Lohnabrechnung zu machen. Aber ich sehe meinen Fokus schon eher auf diesem Thema Beratung. Und da ist es halt auch oft so, wie du gerade eingangs schon gesagt hattest, oder auch der Daniel eben gesagt hat, dass das Thema Vertrauen, Vertrauen ist halt da einfach das A und O. Der Mandant muss dem Steuerberater vertrauen. Und aus diesem Vertrauensverhältnis heraus, was er zum Steuerberater hat, ist natürlich dann der Steuerberater auch immer der erste Ansprechpartner. Der kann nicht alle Themen lösen, das ist vollkommen klar, weil er ist halt nur ein Steuerberater. Aber er kann dann entsprechend handeln und sich dann vielleicht auch andere Personen dazunehmen, um dann zu einer Lösung zu kommen. Und gerade in diesen Themen ist es halt, da ist halt oft der Steuerberater der erste Ansprechpartner für den Unternehmer. Und der ist dann oft auch so ein bisschen die Schlüsselperson, die dann das Ganze vielleicht, weil er das größte Vertrauensverhältnis genießt, das Ganze dann auch so ein bisschen organisiert. Klar, da braucht man dann andere Kollegen dazu, Rechtsanwälte, Unternehmensberater, Notare. Aber da ist es dann halt auch einfach wichtig, dass der Steuerberater ein entsprechendes Netzwerk hat, auf das er zurückgreifen kann und Leuten, denen er da vertraut. Und dann kann er halt für den Mandanten das Beste herausholen. Ja, super. Für mich ist es auch wichtig, dass ich einen Steuerberater mit habe, dem es Spaß macht, Unternehmer zu sein und mich bei meinem Unternehmen zu unterstützen. Und wie gesagt, er kriegt mehr Geld, wenn es meinem Unternehmen besser geht. Genau. Liebe Nicole, Krise als Chance. Und du bist spezialisiert auf Frauen. Was machst du genau? Nun, es sind tatsächlich häufig Frauen, die länger aushalten in dem, was sie machen, obwohl ihnen das Herz vielleicht schon eine Weile lang zuflüstert, zuruft. Mach doch etwas anderes. Du hast noch viel mehr in dir. Aber aus diversen alten Glaubenssätzen heraus bleiben vor allem Frauen in dem einfach stecken, wozu sie sich einmal entschieden haben, wozu sie einmal Ja gesagt haben, weil es ihnen entweder gut verkauft wurde oder weil es vielleicht auch in einer bestimmten Lebensphase tatsächlich eine gute und passende Entscheidung war. Nur so wie jede Phase ihre Daseinsberechtigung hat, geht die Entwicklung doch weiter. Also ich vergleiche es gern beispielsweise damit, wenn es keine Veränderung, keine Entwicklung gäbe, würden wir alle noch Windeln tragen, Mama würde uns die Schnürsenkel binden und im besten Fall würden wir vielleicht Dreirad fahren. Das waren alles Lebensphasen, aus denen wir aber herausgewachsen sind. Und so wie wir am Anfang körperlich wachsen und größer werden, geht es eben auch mit der geistigen, intellektuellen oder spirituellen Entwicklung weiter. Und etwas, das einmal gut war, kann durchaus irgendwann nicht mehr gut sein, nicht mehr zielführend zu dem, was wir eigentlich, was unsere Seele eigentlich möchte. Und ja, gerade Frauen bleiben eben trotzdem gern besonders treu in dem Stecken, was sie einmal angefangen haben und merken aber irgendwann, es passt nicht mehr. Okay, wie merken Sie denn das? Warum merken Sie denn das zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwann, wenn man etwas so lange gemacht hat, über Jahrzehnte? Warum, wie kann es denn passieren, dass man auf einmal denkt, das ist nicht mehr richtig? Wie schon angedeutet, fangen eigentlich kleine Dinge erstmal an, uns zu zeigen, da passt etwas nicht. Aber wir reden das dann auch entsprechend klein, ignorieren es, verdrängen es, achten nicht weiter drauf. Das können kleinere Konflikte sein oder kleinere krankheitliche Symptome, eine leise Unzufriedenheit. Aber eben, je mehr wir das alles verdrängen, desto größer werden die Probleme und irgendwann greift es von einem Lebensbereich entweder in andere Lebensbereiche über oder eben ein Lebensbereich wird derart problematisch, dass wir es einfach nicht länger aushalten und dann es zu einer Art Explosion kommt, wirklich zu Depressionen, zu tiefer Unzufriedenheit und Ähnlichem. Und daran merken wir es dann. Okay. Also die Krise als Chance. Ja, um eben tatsächlich, ich sage auch, manche Krisen sind für mich nicht per se etwas Negatives, weil leider viele Menschen tatsächlich auch die Krise erst brauchen, um zu sagen, so geht es nicht weiter. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich einfach doch etwas tun muss. Warum tust du, was du tust? Was ist da deine Geschichte? Was sind deine Visionen? Was sind deine Ziele? Warum das Thema Krise als Chance? Tja, wie du es gesagt hast, vor einigen Jahren hatte ich eigentlich anfangs gar nicht so sehr eine Krise. Also es war eine leichte Unzufriedenheit, die Beziehung war ganz okay, aber es war so vieles in Routine geworden, dass es eben mich auch nicht mehr vom Hocker gerissen hat. Das heißt, ich habe eine kleine Entscheidung getroffen, mehr für mich zu tun. Das hieß im Konkretfall nach 22 Jahren Pause wieder mit dem Rudern zu beginnen. Und acht Wochen später lernte ich dann im Urlaub in Frankreich einen Mann kennen, der sich in kürzester Zeit so als die Liebe meines Lebens entpuppt hat. Und kurze Zeit später, wieder ein paar Wochen später, wurde meine Mutter schlagartig krank und zwar so heftig, dass sie nicht mehr allein leben konnte. Das heißt, es stand die nächste Entscheidung an, doch in Deutschland zu bleiben und sie zu pflegen oder ihr einen Platz im Heim zu suchen. Und das wurde dann schon allmählich kritischer. Ich meine, ich war zwar durch kein gemeinsames Haus oder gemeinsame Kinder gebunden, aber diese ganze Entscheidung im zarten Alter von 45 Jahren, das Leben nochmal komplett umzukrempeln, war schon nicht ganz ohne. Und in dem Moment hätte ich mir wirklich auch einen Berater an der Seite gewünscht, der von außen einen anderen Blick gehabt hätte und mir andere Anregungen gegeben hätte oder vielleicht auch tatsächlich meine ganzen eigenen alten Glaubenssätze mit beleuchtet hätte. Also dieses, das kann man doch nicht machen, was, wenn das alles nicht funktioniert, was willst du denn da unten tun und so weiter, was jeder von uns hat und ich eben auch. Und ich habe es also geschafft, auch diese Glaubenssätze so weit auszumisten, dass ich den Schritt getan habe und eine Entscheidung getroffen habe, die für mich wunderbar gepasst hat. Aber es war schon ganz schön mühsam. Es hat allerdings den Vorteil, dass ich einige, also ich arbeite vor allem mit energetischen Techniken, dass ich die alle an mir selbst ausprobiert habe und somit so weit kenne und ja, auch kondensiert inzwischen weitergeben kann, dass es auch für andere nicht mehr jahrelang dauern muss, bis sie einen Entwicklungsschritt schaffen, sondern sehr schnell gehen kann. Okay. Ich habe eine der Techniken übrigens mal durch einen Zufall, wenn es den überhaupt gibt, an einem Pferd angewandt und da gemerkt, dass gerade Tiere und Pferde insbesondere sehr viel leichter auf energetische Techniken reagieren, einfach weil sie sich nicht wie wir Menschen mit ihrem Verstand im Weg stehen, sondern sie reagieren einfach. Das heißt, es funktioniert viel leichter und bietet von daher auch Pferdebesitzern oder Reitern einen wunderbaren Zugang, wenn sie ein Problem mit ihrem Pferd haben, um an der Stelle anzusetzen, entweder selbst zu lernen, wie sie auf energetische Art mit dem Tier kommunizieren können, sodass ich jetzt also zum einen wirklich Frauen in einer Krise coache, aber auch Pferde oder Reiter, die irgendein Problem mit ihrem Pferd haben. Spannende Kombi. Ja. Aber ich denke, das ist authentisch. Lieber Maik, warum tust du, was du tust? Was ist deine Geschichte? Wie wird man Steuerberater? Also es ist bei mir ganz komisch. Ich meine, wenn man wahrscheinlich irgendwie mal Jugendliche fragt, was willst du mal werden, da werden wahrscheinlich die wenigsten sagen, ich möchte mal Steuerberater werden. Aber bei mir war das in der Tat wirklich so. Ich habe, also eine kleine Anekdote, ich habe mein Schulpraktikum in der 9. Klasse beim Steuerberater gemacht. Und dann habe ich nochmal so einen kleinen Umweg genommen und habe gedacht nach dem Abitur, naja gut, Steuerberater, es war damals so die Zeit um die Jahrtausendwende herum, das können sich vielleicht viele noch erinnern, da war der Aktienhype da. Und dann habe ich gesagt, ach, ich springe da mal auf und mache mal eine Bankausbildung. Aber am Ende der Ausbildung habe ich dann doch gemerkt, nee, ich gehe wieder zurück zu dem Thema Steuern. Wobei die Bankausbildung ja schon auch sehr, sehr gut war und auch für meinen heutigen Beruf sehr, sehr gut ist, weil ich viele Dinge halt auch verstehe. Weil oft ist es ja auch dann so, dass der Steuerberater dann mit zu Finanzierungsgesprächen zu den Banken geht und dass man dann auch genau die Sichtweise des Gegenübers kennt und auch genau die Sachen einschätzen kann. Also kurzum, ich bin dann relativ schnell wieder zurückgeschwenkt, und habe dann studiert und dann muss man halt eine gewisse, nach dem Studium eine gewisse Praxisphase machen, bis man dann zu diesen Prüfungen zugelassen wird, die dann auch schon relativ anstrengend sind, weil die haben da so eine Durchfallquote von so um die 50 Prozent. Und das ist dann auch im Regelfall so, dass man sich dann wirklich so drei, vier Monate komplett aus dem Leben rausnimmt. Das war dann auch bei mir so gewesen. Da gibt es so gewisse Akademien, wo man dann hinfährt für drei, vier Monate und da schließt man sich dann quasi ein. Was sind deine Visionen und Ziele? Ziel ist natürlich auch einfach, neue Unternehmer kennenzulernen, neue Unternehmer Persönlichkeiten kennenzulernen und die halt auch einfach begleiten zu dürfen. Und da ist es natürlich interessant, dass die Unternehmen halt auch ein bisschen größer sind, aber ich bin im Mittelstand unterwegs, da ist es natürlich so, das müssen natürlich Unternehmen sein, im Regelfall Familienunternehmen, inhabergeführte Unternehmen. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant und das ist auch mein Ziel, da vielleicht noch den einen oder anderen interessanten Unternehmer kennenzulernen und begleiten zu dürfen. Liebe Carmen, warum machst du, was du tust? Was ist deine Geschichte? Ja, das ist eine meiner Lieblingsfragen. Also ich wollte selbst glücklich sein. Ich habe sehr früh Menschen beobachtet und mir sind wenig glückliche Menschen begegnet. Und das war für mich Antrieb, Motivation und Ausrichtung, das für mich selber finden zu wollen. Es war ein abenteuerlicher Weg. Also ich habe ursprünglich auch mal bei der Bank gearbeitet. Und was natürlich meiner unternehmerischen Seite sehr, sehr gut tut. Dieses Glück habe ich nach und nach für mich gefunden. Und das Schöne an diesem Weg war, dass ich das, was ich für mich entdeckt habe, immer gleich weitergeben konnte. Ich bin dann also sehr früh in die Beratung gegangen und habe dieses Wissen weitergeben dürfen, sodass ich einen langen Weg auch mit gleichgesinnten Menschen, denen einfach auch ein Herzensanliegen ist, in jeglichem Lebensbereich zufrieden zu sein, unterwegs bin. Sowohl privat als auch im Beruf, weil nur dann stellt sich ja ein inneres Glück ein, wenn jeglicher Lebensbereich so ausgeführt werden darf, dass es wohl tut. Okay. Was sind deine Ziele? Was ist deine Vision? Das ist gerade besonders zur heutigen Zeit natürlich unendlich wertvoll. Je mehr Menschen in sich ruhen, das tut unsere Gesellschaft einfach gut. Wenn Menschen zufrieden sind, eine Selbstwertschätzung für sich haben, das geht den Menschen gut und das geht ihrem Umfeld gut. Und ich denke, ja, das ist ein wertvoller Beitrag, den jeder für sich alleine leisten kann und dadurch natürlich auch für das Ganze. Sehr schön. Ja, danke schön. Lieber Daniel Schwarzenbach, warum tust du, was du tust? In meiner Studienzeit als Ingenieur habe ich dort schon, um das Studium zu finanzieren, eben selbst eine Firma aufgebaut, Fotografie und so weiter und so fort. Und ich habe dann schnell auch mein Ziel gehabt, ich will mal Chef werden. Ich möchte mal Leute führen. Okay. Und dann habe ich mir überlegt, gut, ich kann das als Elektroingenieur, kann ich das machen über die technische Laufbahn, das dauert aber sehr lange. Und dann sagte ich, ja gut, versuche ich es im Verkauf. Ging in die medizinale Elektronik rein und die Professoren haben gesagt, bist du wahnsinnig, jetzt hast du einen richtigen Beruf erlernt als Ingenieur, jetzt wirst du nur Verkäufer. Also auch da wieder so die Wertschätzung, ist mir egal. Und ich bin dann über diesen Weg, Verkäufer, Vertriebsleiter in einem anderen Unternehmen, Geschäftsführer, auch vom börsenkontierten Unternehmen bin ich dazugekommen, natürlich die Vertriebsorganisationen immer irgendwo zu optimieren. Und dann habe ich gemerkt, es gibt Leute, die akzeptieren das, die machen das, die gehen strukturiert vor und habe dann irgendwo mal so als Vision, ich habe das letztendlich wieder mal gelesen, ich möchte mein Wissen, das ich da angesammelt habe, vermitteln. Und das ist dann auch mein Ziel geworden und auch meine Tätigkeit, eben Firmen zu unterstützen in ihren Organisationen, dass sie schneller als ich dazumal zu mehr Jaws kommen, zu mehr Goldmedaillen. Ist es sinnvoll, Vertriebler eigentlich individuell zu coachen oder gibt es da so etwas Grundsätzliches, wie man Vertriebler unterstützt? Ja, mein Ziel und Vision ist es, dass die Unternehmen das noch mehr machen, Leadership übernehmen und ihre Leute individuell coachen. Okay, liebe Carmen, du unterstützt Menschen, glücklich zu sein. Eigentlich müsste ja jeder vor deiner Tür stehen. Eigentlich dürftest du jetzt hier gar nicht sitzen, weil wenn man sich ehrlich fragt, sollte das für viele halt das Ziel sein. Aber was für Menschen kommen auf eine, ich sage jetzt mal, Expertin für Glücklichwerden zu? Es sind häufig Menschen, die in ihrem Leben schon einiges erreicht haben und dann spüren, sie haben sich vieles verwirklicht, es sind Träume verwirklicht, es ist Familie da, das Unternehmen läuft dann, aber sie haben dieses innere Glück nicht. Und häufig dann eben ausgelöst durch Lebenskrisen, dass sie dann schauen, wo sie sich unterstützen lassen können. Und Unternehmer wissen, Erfolg geschieht nicht von alleine, die sind auch meist bereit, ihrem inneren Arbeit angedeihen zu lassen. Okay, danke. Lieber Mike, warum wechseln denn eigentlich manchmal Unternehmen oder Unternehmer ihren Steuerberater? Ja, viele Unternehmer möchten natürlich gerne auch mal eine zweite Meinung haben und machen das vielleicht auch regelmäßig. Und dann hat man vielleicht auch einfach mal einen ganz anderen Blickwinkel auf verschiedene Dinge. Dann ist es für den Unternehmer natürlich einfach wichtig zu sehen, was gibt es da vielleicht noch oder was kann man vielleicht noch optimieren. Und daraus kann sich dann auch mal ein Wechsel des Steuerberaters ergeben. Liebe Nicole, was für Frauen kommen auf eine Expertin für, die das Motto Krisen sind Chancen lebt, zu? Nun, in erster Linie sind das tatsächlich Frauen, die in einer Krise stecken, die auf eine Expertin für Krisen zukommen. Denn meist warten sie wirklich, bis es heftig wird oder bis zumindest die Frauen selbst diese Krise als heftig empfinden. Sie heulen in der Zwischenzeit vielleicht schon das ein oder andere Kopfkissen nass, aber leider meist alleine oder teilen es noch mal mit einer guten Freundin, die aber in gewisser Weise auch zu ihrem gewohnten Umfeld gehört und nicht so sehr diesen Aspekt von außen ins Spiel bringt. Welche Tipps hast du für unsere Zuschauer, die die auch ohne eine Expertin für Krisen und Chancen zu Hause oder im Beruf direkt umsetzen können? Ja, lieber Zuschauer, stell dir doch einfach mal einen Timer so, dass er alle 30 oder zumindest 60 Minuten ein Signal gibt und dich quasi wach piept, sodass du kurz innehältst in dem, was du gerade machst und dann überlegst, nachfühlst, wie du dich gerade fühlst, was du gerade denkst. Denkst du was Positives, fühlst du dich gut, fühlst du dich vor allem so, wie du dich fühlen möchtest? Notiere dir gern auch mal, ob du da Muster entdeckst, ob du dich immer wieder mit ein und demselben Thema rumquällst. Und wenn du nicht das denkst und fühlst, was du gerne möchtest, dann ist das vielleicht ein Signal, dass du daran etwas ändern solltest und vielleicht einen Impuls von außen gebrauchen könntest. Nicole, vielen Dank. Mike, welche Tipps hast du für unsere Zuschauer? Mein Tipp ist jetzt eher ein Appell an die Zuschauer und der Appell an die Unternehmer ist einfach, sich mit dem Thema Unternehmensnachfolge wirklich intensiv auseinanderzusetzen. Sei es eine Unternehmensnachfolge in der Familie, wenn es Kinder gibt, dann ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man frühzeitig dieses Thema halt entsprechend plant, um halt das auch steuerlich möglichst steuerneutral abwickeln zu können. Aber ich möchte auch noch einen Appell richten an die Zuschauer, die vielleicht keine Unternehmer sind. Die sollten sich einfach über die Nachfolge Gedanken machen. Gerade in der Zeit, in der wir uns heute befinden, sind viele Immobilien sehr, sehr viel wertbeständiger geworden und haben eine große Wertsteigerung erfahren. Und da ist es halt sehr, sehr wichtig, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen, wie bekommt man dieses Vermögen auch in die nächste Generation, ohne dass der Staat zu sehr zugreift, weil man hat gewisse Freibeträge und die kann man halt nur alle zehn Jahre nutzen. Und von daher ist es wichtig, früh genug sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Danke, Mike. Carmen, welche Tipps hast du für unsere Zuschauer zum Thema Glücklichwerden? Ja, drei einfache, wertvolle Tipps habe ich für Sie mitgebracht. Zum Ersten, schauen Sie, in welchen Situationen wann Sie glücklich sind. Und schauen Sie zum Anderen, wann und in welchen Situationen Sie nicht glücklich sind. Zum Ersten, nehmen Sie sich jeden Tag Zeit für sich selbst und für Ihr Wohlfühlen. Sie wissen genau, was Ihnen da gut tut, tun Sie es. Und zum Dritten, haben Sie sich jeden Tag ein wenig mehr Liebe. Okay, danke. Daniel, welche Tipps hast du für unsere Zuschauer, die die auch ohne einen Sales-Experten umsetzen können? Meine Tipps oder Ratschläge, Empfehlungen sind deren drei. Das erste, analysiert mal verlorene Projekte, die Schmerzen. Und schaut dort nicht nur drauf, wenn die Antworten kommen, es war der Preis, sondern geht tiefer, geht irgendwo im Eisberg tiefer, was waren es, das können sein, nicht die richtigen Beziehungen gehabt und so weiter. Zweiter Punkt, anhand des ersten Punktes, erarbeitet ein individualisiertes, auf euer Unternehmen, auf eurer Vertriebsmitarbeiter, auf eurer Organisation zugeschnittenes Konzept, erarbeitet das und drittens, einer der Punkte, nachdem ihr das dann auch umgesetzt habt, eingeführt habt, coacht das durch das Management, übernehmt Leadership. Das Management soll mit einbezogen werden und wenn das geschieht, dann wirkt der Hebel, dann kriegt ihr mehr Ja von euren Kunden, das heisst mehr Goldmedaillen und die Vertriebszukunft sieht noch besser aus. Super. Ja, dann sage ich ganz vielen Dank in die Runde. Ja, ich sehe ein Lächeln. Ich hoffe, es hat euch auch mit Spaß gemacht hier. Ja, sehr. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, auch für Sie war das eine oder andere dabei, wo Sie sagen, das kann ich auf meinem Weg zum Erfolg mitnehmen. und seien Sie gerne beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Wege zum Erfolg. und seien Sie gerne beim nächsten Mal wieder dabei,